Hi Matthias. Hi Jan. Wieso nicht IT, sondern Marketing? Aufgrund der Kreativität und Spontanität. Ergänze, an meinen Aufgaben im Marketing reizt mich besonders? Die Teamarbeit. Was steht aktuell ganz oben auf deiner beruflichen To-Do-List? Aktuell die Einarbeitung. Kantine oder Pausenbrot? Kantine. Kaffee oder Tee? Kaffee. Schickimicki-Club oder Schützenfest? Irgendwas dazwischen. Aus unserem Schulungsprogramm Excel-Vertiefung oder Sprachkurs? Sprachkurs. Früher Vogel oder Langschläfer? Früher Vogel. Träumer oder Realist? Realist. E-Mails schreiben oder persönlich anrufen? Persönlich anrufen. Penthouse oder Landhaus? Penthouse. Pinnband oder Zettelwahnsinn? Zettelwahnsinn. Projektarbeit oder Tagesgeschäft? Projektarbeit. Oft unterwegs oder oft im Büro? Oft unterwegs. Was machst du morgens im Büro als erstes? Meine Kollegen begrüßen. Wie bringst du denn deine Kollegen auf 180? Durch laute Videos. Bei welchem Song singst du auf der Arbeit sofort mit? Ja, Mallorca jetzt. Ergänze. An einem freien Tag? Schlafe ich aus und frühstücke gut. Was wolltest du als Kind immer werden? Polizist. Erzähl mal einen Witz. Kommt ein Pferd in die Bar, fragt der Barkeeper, warum machen sie so ein langes Gesicht?